Werdet ihr oder werdet ihr nicht das Lied singen? Also, verstehen Sie, Sir, unsere Eltern haben uns gelehrt, das zu tun, an was wir glauben. Und Gott möchte, dass wir das Richtige tun. Und in diesem Lied steckt ganz viel drin, was nicht richtig ist. Und, Sir, wir wollen hier keinen Ärger machen. Hoffentlich verstehen Sie das. Aber wir können das Lied nicht singen. Das verstehe ich doch, Jungs. Ganz ehrlich? Oh ja, ich verstehe und erkenne, ihr seid schlechte Häschen. Tut mir leid, Sir. Sie dürfen meine Freundin nicht brutzeln. Wachen ergreift sie! Haltet durch, Jungs!